Die zu veräußernde 4-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Münster. Das im Jahr 1912 erbaute Mehrfamilienhaus wurde 2012 saniert. Das Objekt befindet sich in der dritten Etage. Die Wohnung verfügt über drei Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Gästetoilette, eine Einbauküche und einen Keller. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Bei einer Wohnfläche von ca. 104 qm beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 745.000 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Nachrichten Sie auf強 быстро. Alekken niemals gewöhnt! Langsommer 누mals an,�� hat es angeblichism handelt. Aber letztendlich sind nun mal zahir!